Das ist Björn, das ist Suri und wir sind geil! Ich lebe in einer Beziehung mit meinem Partner, mit dem ich zusammen wohne und habe einen weiteren Partner, mit dem ich in einer Fernbeziehung lebe. Ich habe meinen Mann, mit dem ich ja schon seit 12 Jahren zusammen bin, mit dem ich auch zusammen lebe. Ich habe meinen Zweitmann und dieser hat auch seinen Partner. Dann habe ich aber noch Gefühle für drei weitere Menschen, die allerdings die Liebe nicht erwidern oder wir zumindest keine Beziehung miteinander führen. Heute geht es um Uniform und es geht um Leder. Und es geht um Lycra und Superhelden. Und es geht um Sportswear. Es geht um Workwear. Und es geht um Pubplay. Und Fetisch ist geil. Was zum sexuellen Kontext? Kontext. Wachs. Wachs. Was zum sexuellen Kontext? Aufmuch. Gott. So wie raus. Ich habe keinen Motto gesehen. Ja. Der Kollege lacht die ganze Zeit. Ja. Ja. Ich bin da rein, was da ich wieder rauskriege. ein Rating machen, welche Dick-Dicks wir in den letzten zwei Monaten geschickt bekommen haben. Und dann könnte man so ein Voting machen. Das ist schön. Das ist Markus. Das ist Björn. Wir sprechen heute über Dating während Corona. Und es ist geil. Wenn man mir etwas schenkt, dann ziehe ich es auch an in einem Hessen ist geil Video. Und leider haben sechs Leute zusammengelegt und das ist raus geworden. Ja, ich halte meine Versprechen. Du kennst unsere Videos? Ja, klar. Gut. Du weißt, wie das zu laufen macht. Endlich ein Profi. Und jetzt geht's weiter. In diesem Sinne alles Gute. Lasst uns gemeinsam das Wissen weiter verdoppeln. Und wir sehen uns dann bei einem nächsten Video. Bis bald und macht's gut.